Hallo, herzlich willkommen bei Unger. Ich bin Jan Tekau und ich zeige euch heute das neue wasserführende N-Light Teleskop-Stangensystem von UNRWA. Das N-Light Stangensystem ist exakt auf eure Bedürfnisse abgestimmt und ich stelle euch die einzigartigen Futures vor. Ich verspreche, N-Light wird auch euren Arbeitsalltag revolutionieren. Los geht's! Jetzt zeige ich euch das smarte Schlauchmanagement. Die Schlauchverbindung zwischen Teleskop-Stange, Winkelgelenk und Bürste ist schnell und einfach hergestellt. Alle Schnellkupplungen sind schon vorhanden und es sind keine extra Adapter notwendig. Aufgrund der inneren Schlauchführung ist immer ein Störungspreis arbeiten gewährleistet. Bei Bedarf ist auch eine Außenschlauchführung möglich. Dazu gibt es Schlauchklemmen, die an der Stange montiert werden. Wie der Umbau ganz schnell und einfach funktioniert, seht ihr in unserem Lifehack Video. Natürlich könnt ihr die Wasserzufuhr direkt an die Stange regeln. Hier gibt es den Wasserflussregler. Fahrt die Stange voll auf eure Arbeitshöhe aus. Lasst den Schlauch noch ca. 1 Meter weiter aus der Stange ragen und positioniert den Wasserflussregler am besten dort. Wie das funktioniert, seht ihr in unserem Lifehack Video. Jetzt könnt ihr den Wasserfluss direkt an der N-Light-Stange steuern. Natürlich könnt ihr den Wasserflussregler an jeder gewünschten Stelle einsetzen. Bedenk nur, dass dich ein Teil des Schlauches beim Ausfahren der Stange einzieht. Daher empfehlen wir, hier etwas Platz zu lassen. Mit dem N-Light-Stangensystem bleibt nichts so, wie es war. Worauf warst du? Kontaktiere jetzt deinen Fahrhändler oder nimm an einem unserer Demo-Tage teil und erlebe die clevereren Features von N-Light selbst. PS, abonnier unseren YouTube-Kanal und sehe regelmäßig die neuesten Features und Lifehacks zu unserem neuen N-Light-Stangensystem.